Hey, ich bin der Markus und heute stelle ich euch das HiBike S-Duo Hard4Life 4.0 vor. Wir haben es hier mit einem Pedelec zu tun, was sich unter die jüngeren Leute unterrichtet. Es ist ein Kinder-Jugend-E-Bike, was richtig schnell daherkommt. Erstmal zum Rahmen selbst, der ist auch wie die Großmodelle aus Aluminium hergestellt worden per Hydroforming-Verfahren. So können eckige, kantige Rahmenformen realisiert werden, hier auch mit dem Knick im Oberrohr. Genauso wie die erwachsenen Modelle sieht es super frisch und modern aus. So sitzt man auf dem Fahrrad sehr kompakt und bequem. Man kann hier den Sattel natürlich auch in der Höhe ein bisschen variieren, je nachdem wie altes Kind ist oder wie weit es halt dann weiter wächst, wächst das Fahrrad natürlich auch noch mal ein Stück mit, was eine super tolle Sache ist. Wir haben hier den 24 Zoll Lauf-Radsatz mit den Schwalbe-Tabletop-Reifen, das sind Klasse-Allround-Reifen. Die haben nicht so ganz grobes Profil, damit könnt ihr problemlos mal eine Straße langfahren, über Schotterpisten langheizen, aber auch Waldwege können die Reifen problemlos abhaben. Wir haben hier einen altersentsprechenden, nicht ganz so breiten Lenker, was aber trotzdem genügend Kontrolle daherbringt. Generell ist das Fahrrad einfach perfekt für Kinder konzipiert worden. Von der Farbgebung her haben wir einen Hochglanz-Weiß, was super frisch daherkommt mit silbernen und türkisen Farbkomponenten. Das Herzstück eines jeden E-Bikes ist selbstverständlich der Motor. Wir haben hier den Yamaha PW-Motor verbaut, dessen maximales Drehmoment liegt bei ganzen 80 Newtonmetern und somit kommt der richtig schnell von A nach B. Der Motor selbst wird geschützt durch die von Highbike entwickelte Skip-Bait. Das ist eine Kurzstoffplatte, die den Motor auch vor Stein schlägen, schützt, wird auch bei den erwachsenen Modellen eingesetzt. Die Akkukapazität liegt bei ganzen 400 Wattstunden und so sind auch längere Touren überhaupt kein Problem. Wir haben hier an der linken Lenkerhälfte ein sehr übersichtliches LED-Bedienteil, wo jetzt wir in verschiedenen Unterstützungseinheiten einstellen können und euch auch verschiedene Dinge wie zum Beispiel das aktuelle Tempo anzeigen lassen können. Die Suntour XCR-Federgabel liefert den Kits mit 63 mm Federweg zusätzlichen Komfort und auch Kontrolle, wenn es mal ein leichteres Gelände gehen sollte. Man kann die Federgabel individuell auf das Körpergewicht dank dem Luftdruck einstellen. Außerdem hat man die Möglichkeit hier per Drehschalter die Gabel zu locken, dann taucht sie nicht mehr ein und man hat gerade auf Asphalt einen geringen Kraftverlust, was eine Menge Laune macht. Wir haben hier hinten das Shimano Acera 9-fach Schaltwerk hier mit dem 9-fach Schalthebel. Neun Gänge, die sind gerade ausreichend für die Stadt, aber auch mal um damit ein bisschen im Gebirge unterwegs zu sein, ganz zu steile Anstiege sind ja wahrscheinlich für die Kids eh nicht so das Richtige, aber auch mal im leichten Gebirge kann man hier mit problemlos mit den neuen Gängen unterwegs sein. Wir haben hier hydraulische Tektor Scheibenbremsen, das sind Sorglosbremsen, bringen einen jederzeit sicher zum Stehen, egal bei welcher Wetterlage. Das Highbike S-Duro Hard 4 Life 4.0 ist bei uns für 2.199 Euro erhältlich. Wir haben hier einen super E-Bike für kleinere Fahrer und Fahrerinnen, was eine Menge Laune verspricht, einen richtig schnell beschleunigt und super schnell von A nach B bringt. Wenn ihr das Fahrrad mal ausprobieren wollt, macht den Verfügbarkeitscheck und kommt in einer unserer Ferialen oder bestellt es unter fahrrad-xxl.de